Ja hallo, liebe Freunde, liebe Interessenten, liebe Unternehmer, Kaufleute, Gewerbetreibende, was auch immer. Ja, ich möchte euch hiermit ein bisschen informieren über den Stand oder den letzten Stand der Entwicklung unserer Aktivitäten, diese Kampagne, die wir hier jetzt gestartet haben und die ja das Ziel hat, vielen Neueinsteigern, Umsteigern aus der Wirtschaft oder von einer selbstständigen Tätigkeit in eine neue Selbstständigkeit herüber zu switchen, ohne großen Zeitaufwand, also mit einem sogenannten automatisierten System. Also diese Kampagne, die wir hier erstellt haben, über unsere Agentur jetzt durchführen, ist ja so aufgebaut, dass wir das für Online-Marketer-Systeme oder für ein Online-Marketing-Business, das ja jeder von euch mit geringstem Aufwand hier starten kann, aber das ein sehr, sehr lukratives Business ist. Warum? Ja, weil wir für das Online-Marketing-Business außer der Werbeaktivitäten, die wir speziell am Anfang haben, in weiterer Folge ja beinahe keinerlei großen abzugsfähigen Betriebsausgaben entgegenstellen können. Können Sie jetzt viele nicht vorstellen, aber es ist so. Außer der Werbung, wo wir jetzt auch hier die neueste Technik hier verwenden und daher diese Werbung so kostengünstig ist, dass eigentlich das, was da Lächerlichkeit ist, wo wir früher Tausende gezahlt haben, sind es jetzt im Vergleich Hunderte. Ob jetzt Euro oder Mark oder Schilling oder was auch immer, so kann man das auch hier bis heute sehen, denn es ist hier durch diese KI, durch die künstliche Intelligenz über verschiedene Anbieter, was wir jetzt speziell machen, es hat über Facebook, weil hier das am weitesten für uns also nicht nur fortgeschritten ist, sondern auch am ehesten die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, die wir suchen, die wir für dieses Geschäft speziell benötigen und auch für die Kunden, dass wir hier auch die richtige Kundenschicht damit ansprechen können oder erreichen. Also dass hier genau eine Werbung, eine zielgerichtete Werbung genau für die richtige Zielgruppe stattfinden kann und dieses KI, diese künstliche Intelligenz jetzt imstande ist, genau die Partner dann zu suchen, zu finden, auszuwählen, die du, die ich, die wir eben für das jeweilige Business benötigen, weil das KI, diese künstliche Intelligenz an ihnen oder an dir lernt und von der Mischkulanz, die er hinzukommt und von den Anfragen lernt, wo ist die richtige Zielgruppe. Und somit können wir mit 10 Euro aufwärts schon eine Reichweite erreichen, die interessant ist, die wir sonst schwer erreichen wollen. Und so können wir genau die Partner sozusagen durch den Feedback, dass wir die echten Interessenten bekommen, dass du nicht mehr telefonieren musst und deine Freunde belästern, warum machst du hier nicht mit und komm und mach und das ist toll, die Produkte sind toll, das ist toll, das brauchst du alles nicht. Du brauchst da jetzt auch nicht irgendwelche Kurse, wo du dann lernst, wie man im Internet sie benimmt. Das ist eh alles drin, auch das bieten ja sogar diese Unternehmen ja auch an, da brauchst du das durchgehen, dann weißt du, was du darfst, was du nicht. Das machen wir auch noch zusätzlich jeweils bei unserer Freitags-Challenge, wo wir nicht nur lernen, wie funktioniert das System, wie funktioniert es für sie, für jeden Einzelnen am günstigsten, das muss ja jeder dann seinen Weg finden, wie baut man das auf, wie richtet man das ein, wer macht das was, so und dass man dann auch über dieses System, über die Kampagne, dass man dann hier eine Laufzeit macht für die Kampagne, dann, also Laufzeit, dann aufarbeiten, dann wieder Laufzeit, dann wieder aufarbeiten und so weiß man Monat für Monat, wer hat sich interessiert, wie viele Leute haben sich interessiert, wie viele Leute sind da auf meine Webseiten gekommen, wie viele haben sich das angeschaut, so wie viele davon haben sich jetzt als Kunde eingeschrieben und wie viele davon wollen jetzt mehr wissen und gehen den nächsten Schritt in die Challenge, melden sie dort an, dass sie erfahren können, wie funktioniert das, okay, und dann machen wir mit und sind als Partner dabei. Also wir brauchen niemanden mehr belästigen, wir brauchen niemanden mehr, dass man den erreichen, telefonisch hat er Zeit, hat er nicht Zeit, wann hat er Zeit, alles das ist nicht mehr notwendig, weil das über das System läuft, also da zu sagen, das mache ich anders, okay, wir haben ja drei verschiedene Varianten, dann Hybrid-System und noch mehr, also wir haben, einerseits steht er drin und einerseits haben wir die Möglichkeit, dass die Kunden, also dass man Community aufbaut und den Kundenstock aufbaut, dass die Kunden direkt zu deinem Online-Marketer-Shop kommen und dort direkt von deinem personalisierten Shop die Produkte einkaufen können und damit sozusagen herrlich zufrieden sein und ihr Leben verbessern oder, wenn sie so wollen, den Lifestyle besser, oder auch das Wohlfühlen, das Wohlfühlen bereich jetzt auf ein gewisses höheres Level oder die Fitness, was auch immer, also dafür haben wir drei verschiedene Bereiche, also für den Kunden, dann also die Next Generation, das ist dann die Zielgruppe, die gesund und fesch und fit bleiben wollen, aber die, und hier die Partner, die jetzt mitmachen wollen oder das so ein bisschen Geschäft machen wollen, die noch nicht für das professionelle Business sind, die noch nicht für ein Vollzeit-Marketer-Business interessiert sind, sondern nur Teilzeit und ein bisschen was, so für die, die sich selbst organisieren wollen, oder für dann für den professionellen Aufbau, für die, die ein Langzeit- oder, wenn sie es mal ein Vollzeit-Online-Marketer-Business anstreben, die dann die Variante 3, also die Werbekampagne dann mitmachen und das für eine gewisse Zeit durchziehen und dann den Next auch hier duplizieren, dass die nächsten Business-Bilder ebenfalls das haben wir, aber das erkläre ich dann ganz genau jeweils an den Freitags-Infos, das haben wir Info über die Produkte und so weiter, dann wieder Info über wie baut man was, wie baut man das relativ schnell auf, Erfahrung haben wir ja, ich habe mehr als 50 Jahre in dem Business gearbeitet, war da tätig, Vollzeit, und daher glaube ich, wissen wir doch, wie es funktioniert und die bei unserer Agentur sind ja mehr oder weniger ständig informiert, wie sich das Ganze entwickelt. Da wir ja schon mehr als 5 Jahre jetzt darauf warten, dass diese künstliche Intelligenz endlich so weit freigeschalten ist für diese Werbekampagne, also kann man froh sein, dass es da ist, das ist eine totale Bereicherung und wird auch die gesamte Online-Marketer-Branche, Sie wissen, oder ihr seht ja, ich rede nur mehr von Online-Marketer, ich will dieses böse Wort und so weiter gar nicht mehr verwenden, sondern nur mehr Online-Marketer, da sind die verschiedenen Varianten drin, alle, wie du das gerne hättest, kannst du dir das aussuchen, wie du dann oder was du dann aus den Bereichen machst. Also günstiger, wie es jetzt ist, wird es sicher nicht mehr, wenn du ein Langzeit-Business anstrebst, ein seriöses Langzeit-Business mit einem Unternehmen, das mehr als 25 Jahre am Markt ist, das ein europäisches Unternehmen, ein deutsches Unternehmen ist, Qualitätsprodukte hat, also Premium-Produkte hat und doch number one in Europe, also in ganz Europa ist, die meisten Firmen hat das draußen, sie kann anderen aber träumen, also das heißt, hier sind Langzeit-Partner dabei und Vollzeit-Partner wie in keinen anderen, in ganz Europa, und wenn du hier eine seriöse Geschichte aufbauen willst, nicht mit Freunden belesen, sondern mit einem, mit einer Werbekampagne, die wir hier soweit vorbereitet haben, da kann jeder diese Kampagne machen, du kannst es bei uns lernen, wie es geht, Schritt für Schritt, und du kannst es dann selbst durchführen und ein Vollzeit-Online-Marketer-Business bis ans Ende deiner Tage hier betreiben. Wenn es dich interessiert, melde dich an auf der Challenge oder geh hinein auf unsere Seiten, du hast dann Schritt für Schritt, kannst du das durchschauen, du kannst dich über die Produkte informieren, du kannst über die Kampagne, Information ist alles, ich freue mich, wenn es dich interessiert, für dieses Business oder für die Produkte, nicht verzeigen, große Fragen, tschüss, baba.